Hallo, hier ist Lulu von Lulu und Leon Familienfreund und das ist ein Werbevideo für Skondoo. Wir zeigen euch jetzt, was man mit dieser App alles machen kann. Wir machen eine kleine Shopping-Challenge. Das machen wir nämlich mit der Skondoo-App. Genau, da meldet ihr euch einfach an. Da gibt es nämlich einmal hier die Filterfunktion. Dann kann man nämlich einmal einstellen, was man denn gerade in Kategorien hat. Und wir brauchen ja für uns erstmal nur Lebensmittel. Und dann zeigt die App nämlich richtig coole Deals an. Dann gibt es hier nämlich noch die Favoriten-Supermärkte. Das heißt, man kann hier überall gucken, wo die ganzen Supermärkte sind. Und dann kann man sagen, okay, da gehe ich immer einkaufen. Dann nehmen wir den Airman-Joghurt zum Beispiel. Jetzt ist er auf der Einkaufsliste und wenn wir den dann gekauft haben, machen wir schwupp. Und dann ist er als gekauft markiert. Ganz wichtig bei der ganzen Sache ist, dass man den Kassenbon aufhebt. Unter Kassenbons lädt man den einfach hoch und Lulu und ich, wir machen das jetzt. Wir holen mehr Cashback. Wir, haben wir schon gesagt. So, ihr Lieben, Lulu und ich sind schon wieder da. Also mit dem Cashback müssen wir jetzt mal schauen. Ich glaube, da haben Katharina und Leon einen kleinen Vorteil. Da sind also unsere Kassenbons. Das war's. Jetzt wird er hochgeladen. Und so machen wir das mit den anderen Kassenbons auch. Einfach ein Kassenbon hochladen und dann sagen, ich habe Spülmittel gekauft, ich habe Windeln gekauft, was auch immer. Und dann kann man mit einem Kassenbon ganz viele Deals auf einmal nutzen. Ziemlich coole Geschichte. Und jetzt bin ich mal gespannt, was Katharina und Leon gleich anbringen. So, diese 1,40 Euro, das wird jetzt noch geprüft. Und leider müssen wir ja dann sagen, da Lulu und ich kein Cashback hatten, außer diese 50 Cent, haben die Challenge gewonnen. Katharina und Leon. Juhu. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns doch einen Daumen. Daumen. Und vergesst nicht, dann kann man auch zu abonnieren. Hier unten auf den Backen. Wenn ihr mehr Videos von uns sehen wollt, dann klickt auch an die Seite. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.